1, 2, 1 startet. 3, 2, 1 und los! Neuf! Und einmal hoch. Alles gut soweit? Ja, alles gut. Ja, so soll es sein. Der lustige Teil kommt erst. Ja, jetzt ist die Scheile runter. Ja, auf jeden Fall. Oh, ich darf schon mal rechts rüber gehen. Habe ich jetzt auch schon gucken müssen, weil ich das Wanzel dabei habe. Das nehme ich, ja. Genau. Darf schon mal hochkommen. So, sehr schön. Halt die mal fest. Ja. Gut. Passt alles? Ja. Fühlst du dich wohl? Fühl mich wohl. Gut. Basti, zwei startet. Let's go. Zwo gestartet, jawohl. Ich wünsche dir viel Spaß. Danke. Drei, zwei, eins. Ciao. Ciao. Zwo gestartet, Kopf Clhart schon mal kurz weg, aber hinterher geht's weiter. Zack. Zack fantastisch. fitted und spotselt alle droupe. Ja, das war's. Hi Christi! Hallo! Und einmal aufstehen. Jawoll! Perfekt! Alles klar soweit? Ja, danke! Sehr gut! Komm schon ein Stückchen zu mir, dann drehe ich die Triangel raus. Jawoll! Genau! Beobacht geben, die Rolle ist heiß. Da bitte nur die Triangel nehmen. Eins, zwei. Dann darfst du da runter stehen. Okay, danke! Genau, und da kurz warten bitte. Ja! Zwo frei! Sonst hat es Spaß gemacht! Ja! Zwo gestartet! Oh, jetzt kommt er auch gleich! Ja klar! Macht schon Laune die Kirche, gell? Bei den zweiten Teil ist schon heftig auch runter gegangen. Ja, da geht es schon steil, gell? Das unterschätzt man von hier unten manchmal ein bisschen. Ja! So, dann darfst du gerne warten. Ja! Da ist kein Problem. Eins, zwei. Eins, zwei. Eins, zwei, eins gestartet. Eins gestartet. Das ist ja ein bisschenrank. Wahrscheinlich bei dem Herrn muss ich ein bisschen lenken. Jawoll!